Uwe Uwe Beutelstabbelten in der ganzen Anliegen Schrecklich Waffen mit Zocker Einwesen Verbündeten Unglubig mit dieser Glauben Doch meine Feinde werden nun stärker Uwe Umlesen Wut Alter Wut 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 Ab Stufe 19 Oh Wir müssen Stufe 19 werden Wir müssen Stufe 70 werden Ja, das ist sowieso Das ist meine mentale Oh, ausnahmsweise immer Ja Alter Hehehe Hehehe Oh Oh Was ist hier los? Oh Bei der anderen Nur ein bisschen Oh ne Taggericht Oh ne 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 Ich hab die Aufnahmsweise Faktion Ah ja! Oh ne 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 das ist mega diese Fähigkeit das mit den hier das ist jetzt geisterschwerfeuer das hier das war doch ziemlich heftig warum habe ich das nicht? doch hast du auch was du noch nicht eingestellt warte mal hä? das ist bald der Fall den Zombi-Anleiter Mann so Alter diese Elende äh 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 Teilweise tut es weh wenn du mal ein bisschen lauter bist ja ich brauche Popschutz ich weiß noch nicht wie äh da ist überhaupt gar nicht viel nur das Problem ist halt äh ich weiß nicht wie ich das äh ja hier anbauen soll da hätte wir doch mal was anderes gebraucht nö ich äh zu los bräuchte ich einfach nur äh mir kriegt ein Mikrofonständer äh ich wollte es einfach machen weil der Teil das tut man schweige ja ich weiß ähm da kann ich eigentlich nur äh äh nur so gegenhalten dass ich versuche die Geister sind nicht irgendwelche Töne ähm zu spucken hä was ne äh halt irgendwelche Töne äh irgendwelchen bestimmten Töne ja du darfst nicht wieder hoch machen das ist richtig ja das ist schwierig äh ich weiß aber du musst es versuchen er ist tot oh nein oh wie alles alles Alter wow ich krieg ja einen dauernd Markant Alter was ich hab nur 61 Gold da aus der Trühe gekriegt soviel musst du auch so ein neues Verheimnis da oben ist äh naja gut naja gut naja halt mal die Heimsuche äh jeder Heimsuche gewährt euch Leben uh oh ja was also auch so da oben ist nun Untergegner da oben da oben aber was ist denn da der Krieg schießt aus der Leiche bis auf den Hund ach so hey wow geil oh was ist das denn hier für eine Stadt gar keinen auch nicht immer da ne diese Leiche ne hhh 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 es ist ja echt ekelig warum haben eigentlich viele menschen angst vor sparen alle haben auch hier ist ein Höhle erlaubt Alter ich hab mir nichts gelbes, was du sagst und nichts, was du fragen kannst ja, was soll ich denn so etwas schon sagen Höhle der Kasra ach, da müsstest du Geld ja und hier nach Wortmeldung die nächste Saison so zu sagen, wenn wir den durch haben, ein bisschen gespielt haben mit dem Wer bist du, dass du das nimmst, was mir gehört, denn auch dann soll das so sein Ich bin Harry Weinfurt Was sind so Spiele? Das ist ja langweilig Mal erstmal gucken, ob hier immer irgendwie ein Penis ist Wie heißt das hier? Alleine du Wichser, ich mag keinen Zero, werde ich wohl keinen Fan von, weißt du? Aber hauptsächlich das weiße Monster trinken sie noch mal durch Ja, aber das hat wenigstens Geschmack Hm Ich trink gerade das rote Monster So, dann rein Wird auch echt gut Alter, der trug mal nichts Äh, 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 äh Äh, 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 jubeln Hm Ja, wir müssen zu Kay Ich kehre in die Stadt zurück Dickey Erzählen, dass sie in der Nähe des Tempels eine schreckliche Schlacht schlugen Und dass ihre Geister noch immer miteinander Krieg führen Alter, jetzt klopft hier jemand, ey, das ist unfassbar Also, hammermäßig Ich brauche nicht Puck, 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 puck Ich werde mit diesen Charaktern nur die Sachen tragen, die ich auch finde Aber ich hab nur gerade gesehen Aber ich hab nur gerade gesehen, dass ich das kann Äh, ich hab Erholung nur 65 Ich weiß nicht, wie das ist die Zumal Ah, ich habe einen neuen Schlüpper, äh hier, einen neuen Busen. Was sieht denn da aus? So, wo müssen wir hin? Ah ja, wir müssen wieder zum Tempel, der ist auch in der Nähe da, oder? Ja. Also müssen wir wieder rein sitzen. Ja. Ich warte schon die ganze Zeit auf dich. Ja, ich habe meine Hosen gemacht, oder? Ja, das muss ich mir genau sauber machen. Ein inkontinentes Stück. Der Läufe! Typischerweise ist natürlich nichts drin. Oh Gott. Oh Gott, Gott, Gott. So, was gibt es jetzt? Wunderwertige Handschuhe. Ich glaube eigentlich müssen wir noch mal ein Level da oben machen, oder ein, zwei. Ja. Aber kann man, kann man, so wie gerade, ne, nur reduziert. Man kann immer nur einmal hoch machen, eben. Auch ärgerlich. also wird manisms, könnte man es jetzt einfach, collab lasen. Aber nennt man manchmal nicht, was man weiß. Auch mal nicht mehr mögliche Fotoarch, auch nicht mehr obey den Park. So langsam weniger ein, aber das ist genau halt. Ja, so langsam der Graf, das ist ax- behavioriert. Fotoer von Karmusteról festival Visório ist knapp 100 000 auf. mal sehen aber ich habe eine hühnchen umgebracht was auch noch mal die Waffe sind und hier ist eine Höhle und es sind ja oder die stimmte ich eine goldene Furt ja hoffentlich etwas Gutes drin. Toll. Alter Havi-Weinfurt-Fan. Na komm raus! Ja, nicht rumwühlen. Rauskommen! Anmangeln. Die Geister sind. Die Geister sind schon die ganze Zeit. Warte mal, lass uns mal gucken. Oh, Koloss. Ach ja, der Koloss. Oh, der ist geil. Ähm, gott überall neue Sachen, Alter. Heftig. Ledermäus, Vampirflüge, Mann. Oh, no. Oh, no, no, no. Oh, no, no, no. die damals an die Fresse nachschuldigung aber das war noch recht beide wie heißt das hier ja eigentlich wo alter krasse beinschutz krassen beinschutz bekommen beide laufen über den gleichen scheiß wird aber denke ich mal später auch was da der eine tut sich bei langsam so noch mal so der andere blab das wird schon bis sie folgen mit nichts besonderes Drei Gelbste Arcan, Alter! Glaubst du mir, dass Ramona das auch gefunden hat, das Amuletten mit Arcan? Sehr gut! Denk, das gibt's nicht, Alter. Alter, ich lass uns kurz gucken was Gelbes, ne, oder was weiß. Okay. Was lass denn? Hm. 148 Schaden mach ich jetzt. Was? Wie viel machst du? Ja, du weißt doch, ich hab dir immer eine Waffe gegeben. Ja, aber was hast du jetzt für ne Waffe? Im Dolch. Ich mach 218 Schaden. Dafür hab ich 612 Erholung. 248, wie zähl ich das also? Fand da exotische Erdbeergeschmack. Ne, das ist so eklig. Finde ich nicht. Doch, das schmeckt richtig, der Kacke. Was? Finde ich schmeckt richtig. 9233. 10.200. Ich hab's. Ich hab's. Ne, egal. Da sind ein Toter. Oh. Äh, kommt hier noch was? Ja, hier kommt was. Äh, mehr nicht. Alter, die Krabbelspinne finde ich übertrieben geil. Alter, ich find die... Alter, was ist das denn? 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 Ach, die Sonne ist immer da. Ach, die hatten wir noch letztes schon. Äh. Alter, um so total golem, weißt du. 2-3. Cool. Cool, die waren schon... Oh, ein Amulett. Sehr cool. Achso, bitte. Das ist toll, die hat nicht noch 30. Plus 39 Stärke, Alter, ist das Feuer. Haha. Was sag ich da mit so'n Kevin-Amulett, Alter? Cool, ich hab'n Zauberer-Stapel gefunden. Ach, ich hab'n. Da lacht' ich. Ja, das lacht' ich. Ja, das lacht' ich. Ja, das lacht' ich. Cool, ich hab'n' Zauberer-Stapel gefunden. Alter, ahnst du mal, was da alles hinläuft, ey? Das ist echt anstrengend. Ich freu mich so auf den Token-Beschwörer, ey. Boah. Ja, machen wir auch schön direkt ne fette Session denn heute. Ne, oder nicht? Ja. Sofort gleich als erstes kaufen. Ne, egal was der kostet. Ne, egal. Mehr als 20 gebe ich nicht aus für neun Charakter. Also, mehr als 20 gebe ich nicht aus für neun Charakter. Tatsächlich. Wenn da wirklich wir die mehr als 20 Euro haben wollen, dann find' ich das recht. Naja. Naja, also das würd' ich mir noch nicht unterfügt. Ich schau' gesehen, dass, ähm, für NSC, oh Gott, das passt jetzt überhaupt gar nicht, äh, für NSC zum NSC angekündigt würde? Ja. 1499 für 18 Sachen. Ne, 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 ich auch nicht, weil das ist mir... Gibt das auch alles als Motto nach Motto und so weiter. Ja. Für NSC zum NSC im Angebot mal sein sollte, oder so, wenn ja. Aber so nicht. Ne. Viel zu teuer. Ja. Also ich sag' für's sind 20 Euro für das Spiel, aber mehr seh' ich nicht eigentlich. Weil das ist nur ein Charakter, ganz ehrlich. Ja. Ja. Da sollen wir mal... Also ich weiß nicht, wer mehr als 20 Euro nimmt, der sollte auch einen neuen Akt schon dabei haben und sowas. Ja. Ja, ja, ich hab' mich schon gewundert, warum meine, ähm, meine Hunde wieder zurückkommen. Ja, so viele Monster da machen wir uns gar nicht, was dein, äh, was Gegner ist und was nicht ergegen ist. Ne, vor allem waren die, äh, waren die nicht mehr in meinen, äh, Bildschirmen, weil ich so weit entfernt war. Äh, 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 äh. Weiter. Ne, ist schon geil, Heimzugung. Äh, äh. Aber Geistersperrfeuer ist halt nochmal ne Nummer, äh, äh, stärker. Ich versuche immer so schnell wie möglich, äh, also so viele wie möglich, äh, 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 mit Heimzugung zu treffen. Lass mal, wie heißt das hier gucken, weil wir haben nämlich auch eine neue Passivgeschichte. Oh, Heimzugung hat gerade eine, ähm, hat so ein Sarggrad, äh, zerstört. Wenn das hier vorbei ist, könnte ich irgendwo ein eigenes, kleines Gasthaus eröffnen, wenn ich überlebe. Ah, scheiße. Fragt er mich, ob er mich, äh, schnell hochziehen soll. Hahaha, der Typ. Ach du Scheiße. Äh, ich fühle mich sehr geil. Ne, danke. Hahaha. Ah, ich schreib noch mal schnell. Hahaha. Scheiße. Der wird uns schnell hochziehen, Alter. Das wird mir aber ruckzuck schnell, der wird blablablai. Hahaha. Aber das ist ja nicht so ein Zweck der Übung. Wir wollen ja mal hier ein bisschen wieder mal gewiesen. Ne, das stimmt. Das stimmt. Ah, okay, gut. Ah, warte, äh, ich muss noch mal gucken, weil ich jetzt abgelinkt war. Ich hab auch keine passive Fichte, keinesfalls. Ah, hier, 20 Prozent. Ah, hier. In der Mahnerprozess und die Leberbauer baut. Das ist gut. Hups. Ah. Ah, ah. Oh. Ah. Ah, ich hab ja Knabberzeug. Warte mal. Mal kurz Knabberzeug aufmachen. Ich muss jetzt mal. Knabberzeug. 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 Heute ist mein Stimme im Hals. voll angeschlagen gab es nur eine neue passive Fähigkeit für Level 20? ich glaube ja Entschuldigung für diesen ganzen Lärm Aaaaaaah ich weiß, ihr wollt schlafen, aber... das macht doch irgendwie Feuerschaden, oder? der Heimsucher macht jetzt Feuerschaden, oder? die brennen nämlich alle ja, genau das siehst du immer mit dem Bild, was da da ist so, und wir schicken Dolch gekriegt, Alter ich schau, wir machen mit einer Wugikruppe da mehr Schaden weil ich würde doch am Ende natürlich in der Einladung Neue Rüstung, neue Armschienen ähm ähm, was machen die? Achso, das bist du! ich wollte grad sagen Leider soll ich euch schnell hochziehen ja, das geht der Ruckzack in halt von ein paar Minuten auf Level 70 ja aber ne, das nimmt dem Spaß, auch wenn man alles kennt, er ist er ist, man kennt ja wirklich alles ist er so aber es bringt trotzdem Spaß das stimmt das stimmt hallo, hallo! man will ich die scheiß Vasen anklicken und äh, passiert nix wem 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 wir so wir haben wir sollen in Washington überraschend um Euro so an weiße Sachen die Welt für den Gürtel gefunden wenn wir endlich noch ein bisschen so es hat sich auch schnell hoch und erst mal 70 hier schon mal auch mal auch anstrengend doch nicht nur noch mit franko pop kaufen meine micro die ich mir im sommer bestellt habe die es wird wird wohl vorher ankommen als meine figuren die ich mir letztens bestellt wird erst genau danach ankommen toll hat sich das wieder verschoben das ist echt ätzend ich würde fragen ob die nicht ganz dicht sind das ist so eine verkakte figur oder sie müssen die herstellen fertig naja ja was dauert das lange also was kann da so lange dauern also so extrem viel länger wenn ihr halt nicht zeitnah also wenn die nicht ganz fertig werden ich glaube dass es in dem bereich ganz normal und ganz ehrlich so schlimm finde ich das jetzt nicht hauptsache die kommt irgendwann mal an ich weiß dass du bist du bist aber so parade beispiel von mir ich habe ich hätte ich schon vergesagt aber ich habe gesagt dass ich bin ja dann warten hätte ich das jahrelang wann hast du die bestellt im november neee ach wann wäre im sommer im sommer und wann soll sie kommen die sollte ursprünglich im august nehmen warte mal oktober ja ich glaube im oktober kommen und diese wurde ja dann auf dezember verschoben und jetzt ist sie auf dann wieder auf januar verschoben wurden und ich glaube wo ist die reliquie am 24 ist und soll gekommen ne ich muss äh bei worten wieder eine spuren hier äh william wallace william wallace kein sehen weil ich hab hab ich ehrlich gesagt nie gesehen boah alter schweig ja ich hab so viel gutes von ihr davon gehört ich muss mir das echt mal anziehen einziehen das ist noch mal ein bisschen für Schottland der ist wirklich übertrieben was golden ist leck mich ich hab nur blaue Sachen bekommen ok das wird wohl mal ne neue Wache ich jetzt schon zeigen ach der Zweihänder ja cool brauchst du den Link vielleicht? ne ne komm äh komm doch an äh nein und nein ha 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 äh hier Macker hier und du mal die ha 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 hm mh fest verlieh ich glaube ich massiv ja das ist was ich mache das natürlich ordentlich schaden geht 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 ab geht alles mach jetzt mal 244 schaden äh siehst du immerhin besser als dein Plan ich mach 374 da hm hättest du nicht auch der Zweihändler? ja hier kommen mehr aber das ist deutlich schlechter aus als würde die euch recht gut mit Antikyzen auskennen nun weist den Weg das deutlich schlechter als meine Orte die Mieter mit einem anderen Charakter in den Achso in der Tat dort war das auch nicht schwer wegen mit der Blütenwichter hat er kriegst du denn noch wird keine Ahnung das ist irgendwie da habe ich sie auch so getragen ich nie nicht dass sie wüsste über noch mal meine meiner läuft ja auch ganz anders als deine als ob er irgendwie schlangen zwei ich trage meiner läuft doch bei irgendwie schleichen tut aber meine sollte auch ein bisschen behinderte ich will fisch ich habe sie irgendwo einen fluss wo ich für mich für schlangen können sich denn dann in der beurteilung sein erfolgt ich hebe die Brücke an damit er sich in der Stadt die Kinder verhält sich die das stimmt ja wir glaube ich gar nicht getragen gehabt hier habe ich dir sofort jeden gehabt so und ich würde sagen fliegender folgenwechsel tschüss